Allgemeine Einstellungen für den S-Pen auf dem Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie dort auf den Reiter Steuerung. Dort finden Sie unter dem Menüpunkt S-Pen die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für den Eingabestift S-Pen. Unter Stift Abhängeoptionen können Sie nach Antippen auswählen, welche Aktion automatisch ausgeführt wird, sobald Sie den S-Pen herausziehen. Bei aktiviertem R-Befehl öffnen sich nach Herausziehen die komfortablen S-Pen-Befehle. Ist Aktions-Memo aktiviert, können Sie gleich Informationen notieren und diese auch in anderen Anwendungen weiterverwenden. Wählen Sie keine aus, falls beim Herausziehen keine Aktion ausgeführt werden soll. Wenn Sie den Zeiger aktivieren, wird Ihnen die Position der Stiftspitze auf dem Display durch eine kleine Markierung angezeigt. Wenn Sie direkte Stifteingabe aktivieren, können Sie bei der Texteingabe schnell auf Handschrift wechseln. Wenn Sie zum Beispiel eine Nachricht verfassen und mit dem S-Pen auf das Eingabefeld zeigen, erscheint ein kleines Handschriftsymbol. Durch Antippen dieses Symbols öffnet sich ein Handschriftfeld, über das Sie Ihren Text eingeben können. In den Einstellungen können Sie nach Antippen von Direkte Stifteingabe die Textvorschläge aktivieren, um diese im Handschriftfeld angezeigt zu bekommen. Schalten Sie bei den S-Pen-Einstellungen die Deaktivierung der Stifterkennung ein, damit die Stifterkennung nicht ausgeführt wird, wenn der S-Pen im Gehäuse verstaut ist. Dies kann die Akkulaufzeit verlängern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017